Meine Fernbedienung hat eigentlich nur zwei Tasten, ne vier, sorry, Aus, An und NRW TV und DMAX. Lauter und leiser kann ich nicht stellen, bei mir ist das immer laut, das heißt also egal, ob ich schlafe oder ob ich irgendwie vorm Fernseher sitze, es ist immer volle Pulle und meistens läuft, immer wenn volle Pulle der Rechner bzw. der Fernseher läuft, dann läuft meistens bei mir DMAX, ganz klar, weil es ist das Männerfernsehen und, ja, kommt hin. www.dmax.de, wenn ihr die Webseite noch nicht kennt und euch ein bisschen umgucken wollt, was denn alles so bei DMAX läuft und der absolute Highlight, muss man ja wirklich sagen, das sind die vier Brüder vom Schrottplatz und das sind die Ludolfs, die laufen immer mittwochs und ich glaube, da klicken wir mal drauf und gucken mal an, was die Ludolfs denn hier im Angebot haben. Eine coole Webseite haben sich hier zusammen gebastelt, hier kann man sich auch noch hier einzelne Clips der Episoden zum Beispiel angucken. Ludolf, da will einer wissen, was wir dieses Jahr so vorhaben. Neue und alte Autos testen. Und neue technische Tricks und Pflegetricks rauskriegen. Ja, und dann nach Holland. Gabelstapler rauskriegen. Ich will auf jeden Fall in den Sonnenskriegen. Ja, und dann wollen wir noch den Passat fertig machen. Und ich möchte Tierforschung, Naturforschung wie Kröger D. Hunter machen. Peter will ein leichteres Essen machen für seine Figur. Super. Wir haben noch jede Menge vor. Ah, genau. Endlich, die neuen Folgen der Ludolfs, Mittwoch, 20.15 Uhr auf DMAX. Wie heißen sie? Manni, ne? Peter. Uwe. Und Günther haben wir auch noch, ne? Ich bin ein absoluter Fan von den vier Jungs. Und ich finde es einfach nur bemerkenswert, dass sie einfach, obwohl so ein riesiger Medientrubel um sie ist, einfach nur so geblieben sind, wie sie sind. Und das finde ich höchst bemerkenswert. Und deshalb gucke ich auch wirklich permanent die Ludolfs. Und die fangen ja, glaube ich, mit den, sind bald in der vierten Staffel, ne? Und hier kann man sich so ein paar Fotogalerien auch angucken oder ein paar, ja, hier, das ist das Haufenprinzip, ne? Was haben wir sonst noch hier? Was haben wir sonst noch hier? Ach, ist das nicht Morg vom Org? Ne, das ist nicht Morg vom Org. Auf jeden Fall auf demax.de, hier in der Rubrik bei den Ludolf kann man sich da einmal rumgucken. Das ist eine sehr interessante Sache, sollte man auf jeden Fall mal machen. Tja, die Sendung Demo ist zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Ich hoffe, ihr surft mal bei uns auf die Webseite. Und ihr hofft natürlich auf die DEMAX-Webseite. Und ich sage jetzt einfach mal, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Demo. Bis zum nächsten Mal bei Demo.